Wenn du dir Ziele setzt, kannst du alles schaffen. Was für ein Bullshit! Guckt euch nur mal unsere verkackte Energiewende an. Bis 2030 soll insgesamt 80% des in Deutschland produzierten Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Dafür müssten wir, wie Olaf Scholz es sich als Ziel gesetzt hat, 5 Windräder pro Tag bauen. Momentan sind es 1,8. Hefte raus, Mathearbeit. Was ist mehr? 5 oder 1,8? Doofe Frage. Aber die Ampel kann sie nicht beantworten. Also müsst ihr das auch nicht. Eigentlich wollten sie die Planung beschleunigen und die Genehmigungen vereinfachen. In Deutschland! Lassen wir es doch einfach. Stehen wir zu unseren Unfähigkeiten. Mein Ziel ist, das nächste Jahr wieder in meine alte Badehose aus den 70ern zu passen. Werde ich das erreichen? Nein, aber es ist mir scheißegal!